Seitenstechen Würden Sie es, wie Thomas Gottschalk, für unmöglich halten, wenn Mike Krüger guter Hoffnung wäre? Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann es eigentlich nicht glauben. Was denn? Verdammt, zum Kotzen finde ich das wirklich. Du bist langsmehr aber. Wirklich. War jemand in Ihrer Familie mal missgebildet? Ja, charakterlich fast alle, außer mir. Ja. Würden Sie mir bitte erklären, warum Sie heute schon wieder zu spät gekommen sind? Ähm, ja, mir war schlecht irgendwie, hier, Bauch. Herr Kuschler, Sie bekommen ein Baby. Ja, das gibt es, das gibt es doch nicht, das glaube ich nicht. Ich werde verrückt. Nein, Herr Kuschler, Sie werden Mutter. Na, du bist reich ein Vogel, Junge. Wolltest du uns wohl verarschen, was? Der totale Verfall. Gestatten. Seitenstechen. Dann geht die Tür auf und der Sitz kommt raus. Setzen Sie sich mal bitte rein, Herr Kursler. Es gibt Dinge, da muss man einfach lernen, umzudenken. Im Sommer hagelt's, eine Schnecke wird Formel-1-Weltmeister und Mike Krüger bekommt ein dralles, knackiges Baby. Warum eigentlich nicht? Haben Sie eine Idee, wer dein Vater sein könnte? Vater bin ich. Nein, nein, Herr Kursler, Sie sind die Mutter. Der Vater, die Rollen sind gleichsam verkehrt, müssen Sie wissen. Das ist ja unerhört. Das willst du es mir anhängen? Was weiß ich, wo du überall rumgehangen bist? Ach ja, natürlich. Das Vergnügen wollt ihr haben und dann wollt ihr es nicht gewesen sein. Aber das ist ja nicht das erste Mal, das kennen wir ja. Nee, nee, nee. Ohne mich. So schnell lasse ich mich nicht, Alter. Aber das ist ja wieder typisch, nicht? Erst einen schwängern und dann sitzen das. Ihr seid doch alle gleich, ihr Frauen. Und schon mal Zucker. Zucker? Bin eigentlich noch ganz gesund. Ja, ich meine. Hier für die Wurst. Ach, unglaublich, was der frisst. Sondern selber so ganz richtig bist du nicht. Oh, was ist denn? Habe ich sie geschnitten? Nee, ich glaube, es geht los. Logisch, dass Mikes Freunde unheimlich neugierig sind, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und sie? Sind sie nicht auch alle Freunde von Mike Krüger? Na also... Das ist ja ziemlich ungewöhnlich, ja? Tja, aber nur beim ersten Mal. Wart mal ab, wenn ich erst so zwölf Bäger geworfen habe. Och, hör auf! Seitenstechen! Ein wahnwitziger Filmspaß für alle Mike Krüger-Fans.